hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthias riesen und ich begleite sie durch dieses autodesk fusion 360 training heute im teil 3 schauen wir uns an wie ich gesagt habe so ein kleines komplettes projekt wie man das macht dazu habe ich mir gedacht wir machen hier einfach so eine plattform das heißt es ist jetzt hier eine hauswand wo jetzt quasi hier eine türe rausgeht wo man jetzt hier so eine stallbau rein konstruiert unten mit verschraubungen hier auch mit verschraubungen und an die wand drauf schrauben hier mit so nut sachen im prinzip dass man die profile nuten kann mit unterbaugruppen auch hier eine abstützung rein im prinzip und ja das haben wir vor dann wünsche ich ihnen schon mal viel spaß beim mitmachen und auch beim zuschauen und wir starten das projekt als erstes beginne ich mit meinem grund konstrukt das heißt ich zeichne mir jetzt erst einmal die ja wie soll ich sagen die grund konstruktion wo ich dann mein protest darauf konstruieren möchte sprich das soll hier 2000 bereit werden auf 4000 skizze fertig stellen ist quasi jetzt die bodenfläche und dann sage ich ja einfach das ist 200 mm hoch dann haben wir hier außen die wände sprich da und da die wände ist eigentlich egal wie groß ich die jetzt mache die mache ich auch ebenfalls 200 und hier auch 200 die höhe sorgen wir einfach einmal jetzt 500 ob dieser ziel geschlossen ist das ist völlig egal also in 500 5000 meine ich so dann haben wir hier eine türe da eine türe und man hat daraus geht im prinzip wir haben dort zwei meter fünfzig also ein 2500 die türe ist 900 bereit und bis zwei meter 20 hoch also 2200 und richte ich hier vertikal aus schneide ich mir einfach durch so die position also die die grundsache haben wir jetzt anhand von dieser sache können wir jetzt quasi das konstrukt hier zeichnen dann gehe ich wieder hin und mache jetzt hier unten wieder eine neue skizze kann mir gleich tastep die projektion wochen und zieht es einfach hier wieder nach oben und sagt jetzt hier auf objekt und von dem objekt wollen wir noch weil da kommt noch bodenbelag drauf von 30 mm also hier minus 30 dann sind wir hier ein bisschen unterhalb mal da wollen wir ja später bündig sein okay wir können das hier ohne weiteres verbinden das ist gar kein problem so dann obwohl verbinden ist sogar nicht so der vorteil ich nehme wieder raus und sage ich ein neuer körper weil dann habe ich nämlich hier bei der aussaugung nur bis hierhin und nicht bis ganz nach unten ist besser so dann erstelle ich wieder eine neue skizze weil ich möchte dass der träger hier nicht am außenbereich läuft sondern hier ein bisschen innen drin ist jeder träger und das sagen wir einfach der soll 400 reinstehen optimal das heißt wir wollen jetzt da ein träger drauflegen den wir dann da hinten mit der wand verschrauben wir wollen wir da ein träger drauflegen den wir da hinten mit der wand verschrauben also komplett eigentlich ringsherum dann gehe ich jetzt gleich mal hin und sage jetzt hier den ich möchte hier an doppelte träger haben ipm noch mal 120 mal 58 und jetzt sage ich hier einen träger und dann schauen wir uns einmal von der ausrichtung her passt natürlich jetzt nicht ich möchte ihn so haben optimal schauen wir vielleicht passt er hier auch noch von der ausrichtung her ok dann hier hinten nehmen wir auch noch eine rein und hier auch optimal ok so man könnte hier zum beispiel auch noch diesen körper dieser der da die sache einstellen dass er zum beispiel hier gerade zehn prozent ist von der leuchtkraft her also bei der opazität dann sieht man das nämlich besser was man hier macht ich wäre das da oben schon wieder das heißt wir haben hier wenn man ein bisschen schlechter hinkommt zum auswählen dann würde ich mir einfach für die sache schnell den träger ausblenden beziehungsweise den träger nicht sondern diesen körper das mache ich jetzt auch einmal schnell dann kann ich schneller klicken und muss nicht so aufpassen das heißt hier diesen körper weg wir haben was da vorne schon gekehrt jetzt möchte ich hier wieder gerne ok dann mit gedrückter rechter maustaste nach oben befehls wiederholung geht am schnellsten hier und da und ok so die träger hier sind gekehrt jetzt können wir uns gleich einmal hier um die verschraubungs löcher kümmern wir sagen wir sagen mal sag hier drauf dann könnte ich da auch aufschneiden machen dass ich hier besser rein schaue im querschnitt ich ziehe mir hier linie die richte ich hier mittig aus das heißt der punkt sollte auf den mittelpunkt sein wieder mit gedrückter shift taste den mittelpunkt auswählen wie er schon häufiger erwähnt in meinen videos und dann sage ich von da möchte ich hier 100 entfernt sein und hier auf dieser seite ebenfalls die 100 sagt so das kitze fertigstellen dann in bohrung reingehen wähle ich den punkt dann hier zum bohren und da sage ich jetzt hier durch alles aufpassen was er bohrt ich könnte natürlich auch die verschiedensten körper hier ausblenden ich sage mal das soll 20 loch durch und wenn ich jetzt den hinteren wandkörper nicht bohren möchte dann könnte ich den körper hier natürlich raus machen dann bohrt er den nicht mit aber lasse ich jetzt drin weil das ist gar kein problem und jetzt haben wir hier quasi da sieht man das loch durch für diese verschraubung dann können wir das anordnen das möchte ich aber wieder auf der skizze haben und zwar rechteckige anordnung element element ist hier diese bohrung und die achse ist hier die hier und dann möchte ich jetzt hier nicht zehn stück kommen und auf größe passt und der abstand hier ist quasi diese linie linie ok jetzt teilt er hier quasi diese bohrung auf zehn stück und ok so was hat er sagt er nö er macht es nicht die anordnung schauen mal was er jetzt gemacht hat noch mal anordnungen richtig anordnungen elemente dieses element die achse ist hier größe auswählen hier passt dann habe ich gesagt ich möchte hier zehn haben und auf messen dann übernimmt das und wahrscheinlich hier auf optimiert gehen und schon sind sie wieder drinnen die bohrungen schön alle hier aktiviert dann blende ich das hier gleich wieder aus und dann habe ich hier den bereich da schon fertig dann jetzt sehen das vielleicht ein bisschen viel hier stellen wir sie mir um und sorgen hier fünf so menge fünf ok das gleiche hier da möchte man was auch verschrauben das heißt hier wieder neue skizze drauf machen wir können wieder mit ausschneiden arbeiten wieder eine linie ziehen so richter ist wieder aus mit shift taste den mittelpunkt auswählen so hier und dann können wir hier wieder sorgen zum beispiel die 150 und hier von dieser konnte auch die 150 man könnte es auch wieder abhängig machen mache ich abhängig und sei es zu dieser diesen maß jetzt in den parameter dann bohren wir wieder und dann ein zwanziger loch durch alles durch blenden hier die skizze wieder ein und dann eine rechteckige anordnung wieder über element das ist dann der hier und das ist meine achse und da möchte ich jetzt haben vier stück und der abstand ist wieder hier meine linie und dann sage ich hier wieder optimiert passt zack und schon sind diese löcher auch drin das kann ich schon mal seitlich hier auf der wand verschrauben jetzt können wir natürlich auch machen man könnte auch den körper hier natürlich in den körper einfärben aber für mich passt es jetzt hier jetzt kann ich den körper hier wieder einblenden und diese eine skizze das war welche war es die hier so dann wieder ein profil hier drauf so aber hier nicht so von der ausrichtung her sondern es muss weiter rein und zwar drehen ausrichtung so ist die upright okay wir möchten es mittig haben naja so mittig füllen es mir jetzt auch nicht so okay und dann kann man auch rein verschieben weil er riecht es jetzt so nicht aus wie ich es eigentlich möchte so so die ausrichtungen stehen mir ja hier zur verfügung obwohl so das gefällt mir eigentlich hier mitte links das schaut ganz gut aus so lasse ich es okay wenn nicht dann hätte man halt einfach die x- und y-position verschieben müssen und jetzt kann man hier zum beispiel das möchte ich jetzt halt verschrauben und zwar einfach nur seitlich verschrauben dann kann man jetzt hier die verschraubungen setzen ich blende hier wieder diesen körper aus und so dann diese skizze auch ausblenden und jetzt setze ich hier einfach unten auf dieser fläche eine neue skizze noch wieder hier aufschneiden dann habe ich jetzt auch meinen träger und noch hier wieder ein rechteck drüber das rechteck sollte hier so breit sein wie der träger deswegen mache ich hier co linear seitlich und ich brauche sage ich einmal von der konnte zu der konnte 60 und hier auch neben klickt von hier nach da auch ebenfalls 60 okay das passt mir so jetzt trage ich das einfach hier aus und sagt hier das dort das dort das da sich 15 mm blatte und neuer körper ok perfekt und jetzt möchten wir hier dieses gestell quasi trimmen anhand von meiner anschraubblatte hier das ist diese fläche der anschraubblatte und der body ist hier dieser und schon ist ja nur so kurz hier bis zu dieser fläche jetzt möchte ich hier verschrauben im prinzip das heißt da drauf eine skizze skizze erstellen da hole ich mir jetzt die referenz dass ich auch mittig reinbohren kann das heißt taste p ich projiziere mir jetzt erst einmal hier diese fläche das wäre schön gewesen ich drehe es einmal hier die fläche der ist ganz leicht schräg der ist hier schräg ok wenn er schräg ist dann machen wir es anders dann skizze fertig stellen können wir wieder aufschneiden sind aufschneiden sorgen das ist hier diese platte dann hole ich mir wieder mit taste p projizieren hier diese konnte diese konnte und die konnte hier aufpassen den radios erwischt hier die konnte dann möchte ich vielleicht noch die konnte haben und die konnte hier vorne ok jetzt habe ich die da da und jetzt möchte ich hier zwei bohrungen setzen sieben hier ein rechteck und sage wie breit ist das kann ich aber schnell bemassen 20,5 so dass ich das mittig ausrichtet könnte ich sogar so machen ich setze eine getriebene bemaßung macht es hier und sagt das maß geteilt durch zwei und dann bin ich automatisch in der mitte drin das gleiche mache ich hier jetzt auch ich setze eine getriebene bemaßung und von hier einfach nur geteilt durch zwei so und dann möchte ich hier von da 50 rein 50 ist ein wenig schlecht weil wir wollen wir 60 vom abstand noch mal 30 dann sind wir unten in der mitte und von der konnte hier auch die 30 30 skizze fertig steuern so da haben wir es dann bohren an der position an der position an der position an der position und der position er sollte bis zu dieser fläche bohren und dann sorgen wir hier das ist beziehungsweise wir könnten so bohren genau so bohren gewinde wir machen eine verschrauben wir setzen oben gewinde rein dann können wir es nämlich oben gleich mit dem gewinde setzen oder durchgangsbohrung und mutter drauf aber dann braucht man einen ausgleich im prinzip oder eine andere platte oben drauf machen wir können aber einfach oben der gewinde auch rein setzen gibt es immer mehrere möglichkeiten was macht man hier das heißt gewinde oben gewinde und unten durchgangsbohrung genau können wir auch so mit trick 17 setzen hier und dann haben wir hier den gewindeversatz und wir haben hier jetzt die platte 15 stark gemacht das heißt ich sage jetzt da wir bohren ein oder in 14 14 mal 2 so und da oben machen wir eine 16 senkung die senkung hier ist 15 tief 15 tief weil dann trefft bei uns genau hier und dann könnte man rein theoretisch natürlich sagen auch das gewinde hier vollständig machen weil dann geht das nämlich gleiche automatisch durch und schon habe ich das nämlich hier sauber gebohrt ich hätte jetzt hier gewinde drin und da habe ich quasi meine verschraubung das heißt mein durchgangslöcher meine 16 und hinten mein gewinde zum verschrauben dann steht das hier auch sauber da die gleiche platte hier die benötige ich unten auch nochmal ich habe hier gesagt neuer körper das könnte jetzt rein theoretisch schon zu komponenten erstellung machen und hier sagen das ist die an schraub platte die hole ich mir einfach hier wieder rein die kopiere ich mir und sagt dann steuerung v dann habe ich die gleiche platte ja zweimal und sagt ok da unten hin ich mir rüber beziehungsweise die höhe könnte ich mir auch messen und maximale schnell weg hier die sache rein weil ich möchte da unten auch haben zum verschrauben dann habe ich oben genommen 60er abstand also ich habe jetzt auch keinen plan und nichts ich mache das jetzt frei aus dem kopf raus dass man sieht was man mit dem tool hier alles machen kann 60er abstand und zwar hier von da zu zu noch mal raus hier machen wir unten weil ich muss nämlich kürzen also von hier noch was ich den boden ausblenden das heißt den körper dann hier drauf gehen auf die fläche und sagen hier so noch mal umkehren und schieben es hier 60 raus ok jetzt teilen wir quasi oder kürzen wieder hier mit trimmen das ist die fläche und das ist hier der body und schon haben wir den hier wieder gekürzt das wird dann quasi verschweißt und dann setzen wir das wieder rein da wieder rein und schon haben wir auch hier die verschraubung am boden da haben wir quasi hier unsere auch unsere verschraubung hier die verschraubung an der wand und dann können wir meinetwegen ups dann können wir meinetwegen hier noch eine querverstrebung rein machen da könnte ich jetzt hier wieder den körper hier rein machen dann kann ich da auf der fläche wieder eine wenn man braucht da wieder rein machen das sollte hier 45 grad sein meinetwegen und von hier nach da oder von unterkante 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 bis da so abstützung im prinzip von 800 skizze fertigstellen also und setzen wieder jetzt mache ich wieder den körper hier raus den körper weg den körper und setzen doch quasi hier wieder den gleichen träger rein aufpassen dass die ausrichtung hier wieder passt ok jetzt kann ich dieses kriegbarkeit der skizze wieder abschalten und dann können wir es da wieder zum beispiel teilen oder trimmen in dem fall das da und der body ok dann haben wir es hier und oben machen wir jetzt das gleiche da und hier und schon haben wir da auch was drinnen optimal dann können wir noch mal schnell hier die platte drauf zeichnen eigentlich das gleiche wie vorher ich mache da unten jetzt eine skizze schneide hier wieder auf damit ich es sehe hier ist es nicht wo ist der träger schnell drehen hier schneider komplett weg das ist schlecht weil er quasi jetzt hier unten das weg schneidet jetzt ist besser einfach nochmal drehen dass man eine andere berechnung hat ja und dann kann ich hier wieder da die maße abgreifen zack ich mache da wieder hier meine 60 da brauche ich eine andere anschraubplatte weil die natürlich größer ist die 60 zack dann da auch wieder die 60 machen wir hier wieder kolinear zack dann haben wir das dann könnte man eigentlich da gleich die bohungen wieder reinsetzen aber jetzt machen wir in der nächsten arbeitsschritt und sagen hier wieder von da da und da ist 15 wieder als neue komponente in dem fall gleich und dann sage ich hier das ist die anschraubplatte groß optimal dann können wir hier wieder die bohungen setzen das heißt hier drauf die skizze erstellen dann hole ich mir wieder mit der taste p die referenz rein von der konnte zu der da und innen drin das gleiche das heißt von dieser konnte zu dieser konnte ok und dann haben wir hinten wieder das da so da dann könnte man da wieder aufschneiden so hier wieder rechteck ziehen dann mache ich hier wieder die getriebene bemaßung rein weil dann kann ich hier schön wieder die hälfte abgreifen und von da nach da ist wieder das da geteilt durch 2 und von hier nach da ist auch wieder das da geteilt durch 2 super so dann von hier nach da möchte ich die 30 haben und da hinten läuft es schräg weg das versucht man jetzt auch einmal auf 30 aber da mache ich es nicht abhängig zueinander sondern das möchte man anschauen weil hier wird es ein bisschen knapp mit der verschraubung zu setzen dann muss ich die platten weiter rausschauen lassen hier im prinzip die eine platte weil da kommt man nicht rein die eine platte weiter reinschauen lassen und dann kann man hier mit skizze bearbeiten beziehungsweise ich bearbeite diese hier also das maß hier möchte ich jetzt nicht das passt 60 das mache ich nicht abhängig sondern da muss ich weiter raus hat man eindeutig hier gesehen von da nach da mache ich jetzt einmal 100 und jetzt kommt man dann schon ein bisschen besser hin man könnte es natürlich auch dann von oben verschrauben im prinzip dann das gewinne da reinsetzen gibt ja immer mehrere möglichkeiten oder zwei platten machen ist dies sogar noch ein bisschen weiter raus die skizze das heißt hier die mache ich auf 150 und jetzt schaut das schon mal besser aus dann bohren wir das ganze wieder her das heißt von da nach da da und da den rest hat er wieder übernommen was ich vorher schon eingestellt habe zack und dann sollte ich hier wieder bis zu dieser fläche da ganz leicht damit knapp werden mit dem gewinne hier aber das müsste man sich einmal raus messen was er da sagt oder wie groß der träger ist von der materialstärke her weil bei einem 14 reicht wenn der 14 mm gewinde fasst hier hinten dann hat er die die volle leistung sage ich jetzt mal die volle tragfähigkeit aber man könnte alles im nachhinein auch fm berechnen was er da so ausgibt aber ich habe jetzt hier vorher gesorgt da sollte dann 16 sein 16 sein und 15 oder 18 ein bisschen mehr das ist mehr luft ok dann haben wir hier die sachen auch drin das wird prüfe ich jetzt davon ja auch noch mal was man da für bohrungen haben das heißt da haben wir 16 da machen wir auch noch mal 18 daraus ok perfekt jetzt nehmen wir die gleiche platte hier die gleiche platte hier und setzen das quasi da drauf auf die sache das heißt diese anschraubt platte groß steuerung c steuerung v schieb mir das einfach außen einmal hin dreh es mir einmal rüber mach ok wir haben wir vorher hier den 100er abstand gehabt das heißt den 100er abstand den möchte ich jetzt auch hier haben deswegen nehme ich jetzt wieder ein gelenk von da und von hier aufpassen wie man setzt ich muss innen drin reinsetzen weil das geht ja bis an die wand dran das heißt hier und da so umkehren und dann schieben wir hier dass die 100 noch oben ein bisschen mehr schauen wir mal weil er unten braucht ja nicht so viel oben braucht er ein bisschen mehr 150 gleiche platten verwendet ok die platten ist nur 15 und dann blenden wir hier wieder ein und jetzt muss ich wieder ein bisschen stutzen das heißt fläche ist die hier der body ist der schon passt hier hinten auch dann hier das gleiche das ist das face hier da ist der body und schon haben wir ja auch diese abstützung dabei da brauchen natürlich kein loch ein wochen an der wand weil das muss ja dann sowieso bei der montage bohren aber so ist jetzt sage ich mal mein stahlbau jetzt mal fertig optimal hier auch bei über die verschraubungen da kann man im prinzip da müssen wir schauen und wieder anderen träger oder anderes platten system reinbauen aber jetzt mache ich wieder eine unterbau gruppe mal draus beziehungsweise ich aktualisiere jetzt erst einmal hier wieder meine längen weil diese länge passen ja noch nicht wenn man es getrimmt hat deswegen hier aktualisieren und jetzt könnte ich zum beispiel eins machen das ist der träger das ist die pilote hier die habe ich ja zweimal das heißt da könnte ich jetzt gleich eine unterbau gruppe auch erstellen nicht gelegt hier daneben und das sage ich jetzt seit intern das ist quer quer querträger kpl 4 komplett ok und dann ziehe ich jetzt hier die drei schon mal da rein und schon ist hier eine unterbau gruppe geht sehr schön wenn man so arbeitet auch mit internen teilen das ist der rahmen oben dann mache ich auch eine baugruppe draus rahmen oben kpl und das sind hier der da der und der optimal dann habe ich hier auch meine sache und dann noch mal das ist dann steher kpl und dann setze ich jetzt hier diese drei rein und habe ich schon unterbaugruppen raum in oben lässt eine verziehen müsste ich unten verziehen aber lasse ich kann ich jetzt gleich hier auch fixieren dann sind die quasi hier fixiert die sorgen aber aufpassen jetzt habe ich nur die baugruppe fixiert deswegen immer schauen dass auch ein teil hier fixiert ist ich fixiere den träger dann fixiere ich hier einen träger so und hier auch einen träger leider gibt es ja keine freiheitsgrad analyse jetzt sind halt hier die sorgen bis auf das was ich jetzt hier gesetzt habe noch nicht fixiert das heißt ich gehe einfach nur mal hin hier und fixiere dass ich hätte eigentlich gleich alle fixieren können fixieren und da auch geht natürlich auch mit verbinden wie modelliert über gelenke aber jetzt habe ich alles hier schön fixiert an meiner konstruktion und zwar ich oben hier erst einmal da noch mal quer sache drüber das kann ich jetzt eigentlich auch hier machen das heißt na da blende noch mal den körper ein wenn dann können wir mal das nutzen zeigen das heißt hier doch den rein die könnte ich jetzt eigentlich einmal ausblenden weil ich den brauche und dann mache ich da oben drauf eine skizze und das sage ich jetzt ich benötige hier einen einen und da einen können wir natürlich auch schauen dass man da nicht in die bohungen rein laufen lassen dass man hier positioniert ist und meinetwegen dort positioniert ist oder hier drüben positionieren aber ich setze jetzt hier rein und setzen da rein könnte ich mir natürlich jetzt auch abhängig machen von der bohung das ist okay von der bohung sollte er haben auch hier das taste p auf die bohung konnte hin die skizze im weg und drehen der körper im weg erkennt er jetzt nicht hier der körper da rein steht machen wir wieder raus zum aufpassen dieser transparenter körper dann müsste ich oder könnte ich auch die linke maustaste gedrückt halten aber jetzt kommen wir hin wenn ich den körper ausblende das war jetzt die bohrung das heißt die zweite und die auch so ok jetzt haben wir hier die die linie wo man jetzt ohne weiteres von der mitte der bohung abhängig machen können aber hier bin ich gescheit projiziert das heißt nochmal taste p und auf die kante dass man die linie bekommt und jetzt sieht es auch wirklich gut aus so jetzt können wir das auch hier bemaßen das heißt mit shift taste die mitte hier auswählen zu hier wenn man meinetwegen 300 und von da zu dieser bohrung muss natürlich an der bohung abhängig machen man kann sie auf alles mögliche abhängig machen oder den wert aufteilen lassen also dass man drei gleiche abstände bekommt aber ich möchte es jetzt so machen gut und jetzt können wir hier wieder unseren träger einbauen den baue ich aber dieses mal ja gut den können wir jetzt mal den verschweißen dann mal zwei mal rein und dann brauchen wir die richtige ausrichtung mit der rechts so ok und dann möchte ich jetzt hier nutzen das ist quasi hier die fläche und das ist der body und das ist auch der body ok ok und jetzt sieht man schon hier wenn ich noch aus dass er das schön genutet hat also er hat das halt jetzt weggenommen das da hier und der ist da und das da und jetzt blende ich hier die skizze aus und jetzt wenn man sich diesen träger oben ansieht hier im prinzip dann merkt man ok das hinten ist noch dabei aber wir haben jetzt hier das getrennt und ich habe jetzt hier mehr in den körper drinnen und dann kann ich das hier einfach hingehen entfernen dann ist er weg und auf der anderen seite natürlich auch entfernen und was jetzt zurück bleibt ist wirklich hier dieser träger der dauer hier ausgenutet ist wenn man dann gleich verschweißen konnte ok das gleiche hier unten auch noch hier bei körper das teil entfernen und das teil das hintere entfernen optimal und die zwei sollen natürlich wieder in meinen raum in oben kpl rein und fixiere ich gleich hier wieder dann sind die hier definiert optimal jetzt blende ich da wieder die sache ein und das einzige was ich jetzt noch mache ich setze oben quasi eine blotte drauf weil sonst wird das video zu lange sind sie schon 40 minuten aber jetzt könnt ihr mal kommentieren ob sowas auch interessant ist so ja zum zeigen weil der eine möchte solche sachen sehen der andere möchte solche sachen sehen wird mich wirklich einmal interessieren welche sachen am meisten interessieren aber diese app muss man wirklich sagen die ist top ich muss kolinear sagen hier kolinear da und kolinear hier also das geht sie fertigstellen und dann da extrusion und hier auch und dann sage ich das blotte haben wir gesagt 30 hoch das heißt ich könnte sagen hier auf objekte bis dahin und neuer neue komponente boden belog boden belog und fixiere ich quasi hier wieder wenn man natürlich jetzt hier seine komponenten farben anzeigen macht dann hat man sie auch sehr gut von der konstruktion her dass man sieht und jetzt könnte natürlich noch ein klein da rein modellieren wo sich wenn man auch außenrippe braucht alles vom schema her gleich wir haben mal schön unsere anschraubplatten dabei unsere konstruktionen drin unseren stallbau und wenn man jetzt sagt das war jetzt wirklich ohne mehr irgendwas sich zum überlegen wann das jetzt 40 minuten und dann hätte man jetzt hier so ein stallbau gemacht zeichnungsableitung dauert dann andere zehn minuten und das ganze wäre jetzt fertig das ist natürlich schon klasse sowas dann mit fusion zum erstellen dann hoffe ich ihnen hat das video gefallen wenn sie was neues gelernt haben würde ich mich natürlich freuen über ein kommentieren teilen vom video auch einen daumen nach oben und dann vielleicht auch kommentieren wenn ihnen stallbau wirklich gefällt dann kann ich ja nochmal schauen was man so macht metallbau mäßig oder wenn sie sonst irgendwelche ideen haben natürlich auch gerne kommentieren dann bis zum nächsten mal ciao